Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 18. Dezember. Gut, beginnen wir heute mit dem Monatschart. Das ist der wichtigste Chart aktuell. Da zeichnet sich möglicherweise nun eine Top-Bildung ab im Bereich des oberen Bollinger-Bandes im Monatschart und nicht mehr weit entfernt hier vom oberen Fibonacci-Faker. Sollten wir also hier in diesem Bereich wirklich nach unten abdrehen, dann könnte daraus mehr werden als eine normale Korrektur im Aufwärtstrend. Dann könnte daraus auch ein langfristiger Trendwechsel werden und wir dann im Bereich des oberen Fibonacci-Fakers wieder nach unten abdrehen und letztendlich kursnehmen langfristig auf den unteren Fibonacci-Faker im Bereich von ungefähr 11.500 Punkten aktuell. Machen wir dann weiter mit dem Wochenschart. Im Wochenschart müssen wir unter die Marke von 13.150 Punkten fallen. Das ist hier die hellgrüne Markierungslinie. Das ist eine wichtige Unterstützung und unter dieser Unterstützung müssen wir durch, damit sich weitere Abwärtsdynamik entwickeln kann. Die nächste Anlaufmarke unter 13.150 wären dann 12.900. Solange sich der DAX aber über 13.150 Punkten in der aktuellen Korrektur halten kann, ist im weiteren Verlauf dann auch wieder mit steigenden Kursen zu rechnen. Also diese Marke ist wichtig, die muss nach unten geknackt werden, damit dann ein weiterer Rückgang stattfinden kann. Für den heutigen Mittwoch befinden wir uns im Tagesschart im Short-Bereich zwischen 13.280 und 13.320 rote und dunkelrote Markierungslinie. Wir notieren vorwürstlich aktuell im Bereich von 13.260 Punkten, also etwas tiefer. Wir dürften also mit einem Abschlag höchstwahrscheinlich in den regulären Handel starten heute. Der Long-Bereich befindet sich heute zwischen 13.100 und 13.150 Punkten, wobei anzumerken ist, solange wir uns im Short-Modus befinden, der Kreis ist ja aktuell rot, sind Long-Positionen eher an der dunkelgrünen Markierungslinie, wenn einzugehen und dann auch schnell abzusichern und nicht über Nacht zu halten. Short-Positionen würden sich heute bereits dann zwischen 13.280 und 13.320 Punkten anbieten, also bei 13.280 könnten bereits Short-Positionen erwogen werden, nicht erst an der oberen dunkelroten Markierungslinie bei 13.320, weil wir uns bereits im Short-Modus befinden. Im Short-Modus können Short-Positionen dann natürlich auch über Nacht gehalten werden und brauchen dann nicht vor Tagesende, dann vor Handelsende wieder verkauft werden. Gut, dann wären wir schon wieder durch für heute. Wir befinden uns aktuell im Short-Modus im DAX. Der Kreis ist aktuell rot. Solltet ihr auf blau drehen, werde ich das im Kommentarbereich dann unter dem YouTube-Video mitteilen. Wichtig ist im großen Bild nun die Marke von 13.150 Punkten. Fallen wir darunter, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen. Bleiben wir über 13.150 Punkten, muss mit einem erneuten Hochlauf gerechnet werden und dann dürfen wir uns aktuell nur in einer normalen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend befinden. Ich melde mich wieder am morgigen Donnerstag und wünsche Ihnen für den heutigen Mittwoch viel Erfolg im Handel.